You got it Weiter geht's Oh, das hat ein bisschen scheiße Lass uns ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit dem Alifen gekommen bist Aktuell ist jetzt jeden guter Zustand Äh Ein bisschen verpeil, ne? Hast du das jetzt hier? Ich weiß nicht was Ich kann das mal kurz zeigen, guck mal jetzt Hast du gesehen? Passt geschmört? Es geht voll ab Das heißt, würde ich länger halten und würde sich der Sorte bewegen Ich hab äh... Ich hab äh... Diese Fraktionskontrolle aus Deswegen ist das Ganz empfindlich Ja... Ich kann immer noch plötzlich liegen Ich hoffe die fahren mal jetzt in den Box Ja, was passiert wenn die sich äh... Verbrechen Ja, was passiert wenn die sich äh... Verbrechen Ah hier, jetzt bin ich blöd da schon Jetzt waren voll viele in der Box Zweite, erste Oh, alle waren jetzt in der Box Alle in der gleichen Runde Ah, ich glaube ja Ich kann da jetzt nicht mehr hinverziehen, aber ich glaube ja Ich kann da jetzt nicht mehr hinverziehen, aber ich glaube ja Bis jetzt hab ich alles richtig gemacht Ja, das Problem ist, wenn die keine blauen Flangen kriegen Ich hab das heute schon mal gefahren, dass wenn Heute, als ich von der Arbeit kam, ne? Äh... Da ist äh... Ein Fehler gewesen im Spiel, ne? Wir haben keine blauen Flangen Ganz Formel 1 blaue Flaggen Das ist damit äh... Wenn die überwundet werden, ne? Damit die den Fahrer, der vorne ist, wirklich vorbeilassen auch Platz machen Und der Fahrer vor mir Mein Teamkollege hatte keine blauen Flangen bekommen, ne? Dann hab ich fünf Wohnen gekämmt Da hab ich es geschafft, ihn zu überholen Und äh... Dann beim rausbeschleunigen Es war er hinter mir Und ist mir reingefangen Ich hab nicht gerät, Brotflügel kaputt Alles kaputt, ne? Dann bin ich ausgetickt hab die Kontrolle Ich hab das sogar noch gespeichert, glaub ich, aufgenommen Könntest du dir sogar zeigen, wie ich ausgetickt bin Wohl, ne, das Letzter wieder bedenkt Wohl, ne, das Letzter wieder bedenkt Wohl, ne, das Letzter wieder bedenkt Ja, das kann man Das ist gut, dass er gerade aus dem Box kam Das ist mein Teamkollege wahrscheinlich Hinter mir? Ja, das kann eigentlich nicht sein Ja Ja Ist zu sehen, da weiß ne blaues, warte Warte Also ist, glaub ich, irgendwo gleich einer vor mir wieder oder mann war noch was die hälfte ich muss nur wenn ich langsam bin und dann vollgas gebe dann ist gefährlich wenn ich schon schnell bin da passiert ja nichts wenn ich jetzt vollgas geben würde man noch lenke oder so dann drehte sie sofort war hier jetzt jetzt kann ich vollgas geben jetzt passiert ja wenn ich halt langsam bin und dann vollgas geben und denen die weifen jetzt muss ich aufpassen das geht voll ab die stelle mag die auch ja dann so ist man meinst du Ja, du spielst eher nur Fifa und Call of Duty im Moment. Fifa ist auch nicht. Ich glaube, wenn ich kann, dass ich nicht so einfach füße. Nee, ich füße. Also, Club. Ja? Ja. 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 Ich denke, ich kann nicht sein. Boah. Ja. 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 Jaja. Wenn, wenn er irgendwie das nicht hat... Ja. Und dann, er sagt, er hat von dem Freund das ausgegangen. Nö. Ja. Und, wenn er es ausgegangen hat, war man wie schon Nennzefl openings. Wird damit sagen, man soll vielleicht abfällt. Sein Freund merkt, dass ich erst das Spiel habe, so lange in der Halbgestunde. Echt? Ja, das ist ein Rüß, ne? Ja, sowas ist immer blöd, ja. Aber wir nutzen heute auch nicht die Regen, denn das ist jetzt so ein Spalt. Wir haben etwa 50% des Startbezins übrig, noch 50%. Ja, wenn man sich was ausleiht, sollte man es auch irgendwann wieder geben, ne? Hat sich das so genommen, ne? Das ist heftig. Was ist denn? Ich kann auch, dass er jetzt ausgemacht hat. Aber... Jetzt kann ich ein bisschen komisch sein. Wenn du das Spiel nicht hattest, dann kann der das nicht. Naja... Das ist echt nervös. Fahrer hinter mir? Der Abstand beträgt 3 Sekunden. Oh, meine Weibung ist nicht mehr. Schaut mal, ich hab ihn nicht mehr zu fallen, ja. Ja, das wird ja immer schlimmer jetzt. Ich hab ihn nicht mehr zu mir. Was ist der Fall? Ja! Puh, das sind dieührung. Er hat seinen Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020